Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zu Adam. Wir sind im Dude Dungeon und klettern mal weiter runter. Und fallen natürlich runter, weil wir zu viel tragen. Blöde Spiele. Okay, Potion of Water ist immer gut. Okay, das ist definitiv eine Spare Trap. Ja, okay. Sieht soweit sicher aus. Oh, guck, wir haben sie ja etwas bei sich. Okay. Okay. Die First Aid wird größer, gut. Okay. Er hat er nicht. Du vielleicht? Auch nicht. Du vielleicht? Nein. Okay. Was haben wir denn alles? Zu voll. Na gut. Gut. Das werden wir nicht mehr lange bleiben, wenn wir weiterhin hier mit Strained rumlaufen. Okay, da ist er fast schief gegangen. Glowing Potion. Okay, Treppe nach unten. Level 13. Hurra! You suddenly feel ancient magical energies manifest at your feet. Dann wollen wir noch mal gucken. Papyrus Crawl. Wie aufregend. Heroin, I am waiting for you. Visit my palace in the ancient pyramid for a meeting. Come as soon as possible. I hit that. Okay. Booty call, ha? Na gut. I get that. Na gut, Beheldung. Some people. I have not with that. I have not with that. I have noера, ha. Puh-puh. There we go. I have not with that. I have not with that. I have not with that. Da unten war da aber bestimmt noch was, oder? Nee, das führt hier hin, okay. Okay. So, das Level war ja so wahnsinnig aufregend, nicht? Na gut, dann gucken wir mal ins nächste Level. Und wir fallen natürlich wieder runter. Okay, nix zu sehen, nix zu sehen. Guten Tag. Neutrally, okay. Besser als nix. Okay. Bist du noch pumpig, dass ich die Seiten gewechselt habe, da am Anfang? Nix zu sehen. Nee, weiter rein kommen wir glaube ich nicht. Wir können aber mal das Amulet of Order anziehen. Okay, wir haben also einen Altar. Der ist nicht Laufel, aber einen definitiven Laufel Altar haben wir ja in jedem Fall im Borderlands Settlement. Das heißt, wir haben jetzt also theoretisch Zugriff auf alle drei Alignments, Altarmäßig. Das ist gut. Okay. Sind wir strained, da können wir jetzt auch mal lesen. Also, dann lesen wir mal das Leather Tomb. Hallo, Fireball. Ich habe dich schon beim ersten Mal gehört, lieber Klaubak. Lass mich doch mal rechtzeitig reagieren. Dankeschön. So, jetzt können wir weiterlesen hier. Okay, wie viele Fireballs haben wir? 400. Das ist nicht viel. Aber das ist definitiv auch nicht schlecht. Das können wir, die können wir brauchen. Oh, hallo. Du bist Karmik, oder? Ja, 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 ja. Ah. Gott sei Dank. Was ist denn hier? Ist ja... Wo kommt ihr denn alle her? So, dann schließen wir uns hier mal ein. Ups. Das war richtig Schlau, Püx. Du musst dann auch in die Richtung, ne? Also da, wo die Tür ist. Sonst geht das nicht. Ah, technisches. Okay. Okay. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Und dann droppen wir, das, 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 das... Cursed Blinket, okay. Wir haben Portion of Holy Water, aber keine Ahnung, was eine verdammte Identify-Schriftrolle ist. Aber wir haben auch die Sachen identifiziert. Also, ob sie da im Zustand sind. Da kann man schon mal die Burp Roots droppen. Ich meine, die heilen nur ein bisschen, das lohnt nicht. Ich meine, für den Fall wahrscheinlich brauchen wir sie dann doch mal Demon Days. Das brauchen wir nie. Koraria Mancox. Okay, jetzt sind wir nur noch strained. Können wir jetzt mal ein bisschen besser mitarbeiten. Ach, ich habe... Okay, da oben waren wir noch nicht. Oh, es ist dark. Deswegen haben wir das nicht gesehen. Und das war's. Naja, gut. Dann würde ich sagen... Ehrlich nicht? Ich habe die Treppe noch nicht gefunden. Bin ich doof? Bitte nicht antworten. Ja, wir haben die Treppe noch nicht gefunden. Weil wir noch nicht überall waren. Und die Treppe ist genau hier. Das ist richtig. Da ist Speed wichtiger als in jemandem gab. Das stimmt, Spiel. Stürzt, Spiel. ... ... ... ... ... ... ... Okay, Drop, WC, ist noch irgendwas dazu gekommen, das Ding ist dazu gekommen. Okay, und dann also noch ein letztes Mal, hoffentlich, für zumindest für heute, umziehen. Oh, Close of Carrying, 1830, wow, ja, die lohnen sich. Die ruinieren uns zwar unsere Rüstung, aber das ist nicht schlecht. Also droppen wir die hier. Und das auch noch. Okay, ja gut, da würde ich sagen, werde ich mal noch ein bisschen, was können wir denn mal machen? Wir können uns noch mal ein bisschen Richtung N gleich prügeln, oder True Neutral. Das geht doch so, ne? Do you want to end self-regulation? Machen wir mal. Okay, wir können uns nicht verletzen, ja, okay. Okay, dann müssen wir uns nackig machen, ne? Ich glaube, das ist die Idee. Okay, so, jetzt haben wir, Türen sind zu, sieht uns keiner. Also, yes. You whip yourself, you feel some remorse. Wir können uns dabei übrigens auch umbringen, by the way. Was die Götter richtig cool finden, wenn wir so, ne? Also, so richtig hinter der Sache stehen, das finden sie gut. Wieso? Gehen wir von der Tür weg. Oh, das hat uns stealth. Ja, wir haben uns ziemlich stealthy selbst verprügelt hier. Also, use, oh, yes. Use, oh, yes. Use, oh, yes. Okay, und wir sind True Neutral. Machen wir gleich. Na komm, einmal kommen wir noch. Yes, okay. Gut, haben wir das gut gemacht, dann können wir uns jetzt wieder anziehen. Oh, gut. Okay. äh, wo sind die verdammten da dann die Boots und das war's gut, ja, dann haben wir das auch mal gemacht, wir sind jetzt also True Mutual haben ziemlich viel Remorse gehabt und jetzt eine andere Rückenverletzung, zum Glück sind wir ja Zauberer das ist ja alles kein Problem, das können wir einfach ein bisschen wieder reparieren nicht wahr? ja, und da würde ich sagen, machen wir beim nächsten Mal weiter mit dem Rest vom Duit Dungeon und mal gucken, vielleicht geben wir unserer Göttin noch ein bisschen Geld damit sie uns, die mag uns aber noch nicht so richtig, sie hat das wirklich nicht nicht gut gefunden, dass wir da nur weil wir ein Kaotik-Altar gefunden haben zugegebenermaßen auch gleich den ersten den wir gesehen haben, dass wir da gleich die Seiten gewechselt haben, das hat ihr offensichtlich nicht gefallen, naja gut wir machen hier beim nächsten Mal weiter mit mehr Adam bis dahin, tschüss dann kann man das